Ja, 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 es ist nicht gefixt, komplett. Oh Gott, oh Gott, ich muss weg, ich muss weg, irgendwie. Ah, löche meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, Miene Faktion 2 mit Flo zusammen. Guten Tag, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Und heute. Ja? Was denn? Heute. Oh Gott. Ihr seht's wahrscheinlich schon am Titel. Wird es spannend. Es wird spannend, auf jeden Fall. Es wird richtig spannend. Wir werden sehen. So, ich hüpfe als allererstes los. Also wir werden heute, wir haben es immer noch nicht gesagt, gegen den Wither kämpfen. Ich habe auf Level 30 verzaubert. Stärke 4. Okay, Schlag 2. Leider kein Infinity-Bogen, aber Stärke 4 ist in Ordnung. Denke ich mal. Wir haben hier sechs Heilungstränke drin bereits. Sind das schon die maximalen, die stärksten? Nein. Okay. Dann verstärkt die mal, wenn wir können. Ja, mit Clothstone macht man das. Clothstone oder Redstone? Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, Clothstone. Ja, versuch einfach. Also Redstone, eins macht zu Plus und eins macht nur Stärke. Ich glaube, Redstone verlängert halt. Ja, mach einfach mal. Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir probieren es mal aus. Wir versuchen es. Okay. So, dann brauchen wir Pfeile. Pfeile dürften wir ein paar durch Mobdrops bekommen haben. Aber das werden nicht allzu viele sein. Und den Rest müssen wir craften. Also ich habe jetzt hier 14. Wir haben noch eine Lohnroute. Das heißt, wir können noch Stärketränke machen. Okay. Lass uns das mal auch machen dann. Lohnstaub habe ich dann nochmal. Wir wollen uns jetzt ungefähr so 10 Minuten auf den Kampf vorbereiten. Dann reingehen. Ja. Und versuchen, den Wither zu klatschen. Wir werden logischerweise, weil wir in der Kampfsituation sind, dann nicht mittendrin aufhören. Es kann sein, dass die nächsten Folgen dann etwas kürzer werden, um das auszugleichen. Das müssen wir dann noch absprechen. Richtig. Grundlegend, ja. So, warte mal. Lifesteal und Fiery oder Plünderung. Die Frage. Ich glaube, ich kämpfe mit meiner... Wolle ich mit meiner Lifesteal-Waffe kämpfen? Könnte man eigentlich machen, aber die geht so schnell kaputt, ne? Ja, die geht relativ schnell kaputt. Also das wird jetzt gegen den Wither, glaube ich, nicht kaputt gehen. Bringst du mir das Lohnzeug vorbei oder so? Lohnzeug? Ja. Soll ich die glisternde Melonen noch vorbeibringen? Brauchen wir die? Ähm, ich habe jetzt sechs Direktheilung, zwei Tränke. Ja, okay, sollte... Soll ich die werfbar machen oder trinkbar lassen? Ne, trinkbar, trinkbar, trinkbar. Hier, komm her. Ja. Das Lohnstaub. Wir haben uns auch gedacht, komm, wir gehen jetzt einfach in den Kampf rein. Ist ja scheißegal, ob wir sterben oder nicht. Ja. Scheiß drauf. Ähm, theoretisch ist das so. Weil, ja, ist halt so, ne? Ja, ja. Wenn wir sterben, verlieren wir halt nicht. Wir haben halt nichts zu verlieren. Mein Rucksack lege ich gleich noch ab. Da ist alles Wichtige von Rituary drin. Und... Also ich glaube, ich trete mit Lifesteal-Waffe an. Okay. Wenn sie kaputt geht, geht sie halt kaputt. Ich kann ja die andere auch mit dabei haben. Oh, Netherworlds habe ich vergessen. Ah. Dann ziehe ich mal nochmal den Knochen drauf. Äh, so. So, dann ist Necrotic zweimal drauf. Das verunsichert mich ein bisschen, aber ist egal. Ach, du hast es jetzt einfach gemacht. Ne, es hat sich gestackt zu Lifesteal 2 im Nachhinein. Gut. Ist ja schön. Das ist gut. Ja, den anderen Knochen hat sich Fluh leider heute gesnackt im Stream für den Herzkanister. Ähm. So, Goldäpfel. Hast du schon Goldäpfel gemacht? Nein. Okay, dann mache ich das. Okay. Und dann müssen wir nochmal wegen... Ach so, was brauche ich zum Verstärken? Closed down noch. Closed down. Closed down, Closed down, Closed down. Ich denke mal, ich mache mal zwei Goldäpfel für jeden. Wollte er vielleicht erstmal reichen. Ne. Mehr kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht hin. Kriegen wir mal wo nicht hin. Wo geht das nicht? Dann gucke ich mal wegen Kies noch. Beziehungsweise, ähm, nicht nur Kies, sondern auch wegen Feuerstein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch was hatten. Fred? Fred? Feuerstein? Ja, okay, 64 sogar. Okay, daran soll es nicht mangeln. Federn. Federn. Daran könnte es mangeln. Federn könnte ein Problem werden. Das ist 48. Wow, okay. Nice. Super nice. Sonst wäre ich sogar mit Plünderungsschwert nochmal durch die Hühner gegangen, vielleicht. Nicht die Hühner. Doch, die Hühner. Nicht die Hühner, Mann. Für so einen Zweck müssen sie sterben. Äh, Holz brauche ich noch kurz ein bisschen. Ba, 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 ba. Kann man die Stärketränke auch noch verlängern? Stimmt, oder? Was denn? Hat geleckt. Die Stärketränke verlängern. Äh, ja, du kannst, ne, Stärke 2 Tränke kannst du nicht mehr verlängern, glaube ich. Nicht mehr. Okay. Ne. Wegen. Ah, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, die Aussage. Hast du schon Bogen gemacht? Er macht aber irgendwas mit Redstone. Wollen wir erst mal einen Trank probieren? Was hab ich gemacht? Ähm, ob du schon, ähm, dein Dings gemacht hast. Dein, 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 dein. Wie heißt es denn? Bogen. Ne. Ah, das ist schon ein? Okay. Ich bin ja die ganze Zeit am Braun. Ja. Dann hol ich dir zumindest mal einen Bogen. Oh, guck mal, hier ist noch einer mit Stärke 1 drin. Willst du den? Ne, da würdest du dann normaler Stärke tragen. Das ist blöd. Ah, okay, alles klar. Ähm, Rüstung ist natürlich ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe mal, dass ihr das überleben wird. Ne. Das haben wir ein Problem, sonst können wir uns immer noch zurückziehen, notfalls. Ja. Und ansonsten werden wir sterben und sterben wir halt. Das ist auch nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Können natürlich auch mit Kleavern, aber die sind alle schwächer als unsere jetzt. Kleavern ist doch scheiße. Steal Longbow. Willst du den nehmen? Nee. Da musst du halt sehr lange aufladen, aber macht richtig viel Spaß. Nee, möchte ich nicht. Okay, den normalen, ja? Ja. Ähm, okay. Wie viel Level hast denn du noch? 14. 14. Okay, dann mache ich dir noch ein paar Bögen. Die kannst du dann auf Stärke 1 verzaubern und zusammencraften. Vielleicht, also auf Stärke 3 kommst du bestimmt da durch. Ja. Denke ich mal. Oh, das kriege ich hin. Wir haben auch Bücher zur Not. Müssen wir uns dabei sputen, sputen, sputen. Stimmt, wir haben ja genug Bücher eigentlich. Da kraften wir schon mal zusammen. Ich crafte sie zusammen. Stärke, 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 Stärke. Ja, guck mal. Ich bring dir XP-Bärchen noch mit. Nice. Ja, dann brauchst du ja keinen zweiten Bogen mehr. Brauchst du nur einen. Stärke 3 habe ich jetzt beisammen. Okay, wie viel Level hast du? Noch 5. Noch 5, okay. Dann komme ich mal vorbei. Sind da noch XP-Bärchen? Äh. Drinnen? Wo? Irgendwo in der Truhe? Ich hatte da mal welche reingelegt. Vorland oder langer Zeit? Nee. Okay. Hier ist dein Bogen erstmal. Ja. Nice. Du brauchst jetzt 7 Level. Ich brauch Bärchen. Hier sind noch 7 Bärchen. Hier sind noch 2 goldene Äpfel. Nice. So. Ich habe jetzt etwas mehr als 3 Stacks Pfeile. Da ich den stärkeren Bogen habe, nehme ich einfach mal ein paar mehr Pfeile, ja? Ja, okay. Okay. Aber wir machen mal so, hier waren jetzt noch welche gewesen. Aber da nüchtern nehme ich halt die. Dann nehme ich die heiß. Essen, essen, essen. Äh. Stärke 3, Stärke 3, noch 2, Stufe 2 machen. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Okay. Wie sieht es zeitlich so aus gerade? Wir sind jetzt bei 8 Minuten knapp, nicht mal. Also wir sollten langsam los, ne? Langsam, sicher. Ja, ja, klar. Ich muss dann noch dein Staff geben. Ja, warte, warte. Ich hole noch kurz ein bisschen was zu essen. Schweinefleisch noch. Ja. Äh, hier. So. Ist da irgendwie was geiles drin? Ich weiß es nicht. Nee, nicht wirklich. Das ganze Fleisch ist irgendwie weg. Ja, ja, genau. Deswegen. Ich gehe gerade Schweine füttern und dann nochmal durchfräsen da. Aber es sind halt auch nicht so ultra viele Schweine mehr da. Durchfräsen. Mach zu, mach zu. So. Hier, komm. Ganz kurz. Ja, snack du halt auch noch was. So. Das hier. So, 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 so. So, dann müssen wir aber demnächst mal wieder ein bisschen auf Schweinevermehrung gehen. Die gute alte Schweinevermehrung. So, seid ihr durch? Bam. Ich könnte natürlich auch mit Plünderung, aber dann müsst ihr das erst noch braten. Von daher lasse ich das mal. Mh. Ähm. Nimm dir sonst noch irgendwas anderes zu essen mit, ne? Dass du Ersatz hast. Ja, ja. Anstelle von Fleisch. Ich habe nur Kartoffeln. Ich hatte nicht mal Fleisch. Ach so. Okay. Ja, aber Kartoffeln sind ja okay zumindest. Sie sind okay. Ja, mehr aber auch nicht. So, wo bist du? Im Lager noch, okay? Ja, im Lager. Ups, auch noch ein goldener Apfel drin. Okay, nehme ich den auch noch mit. Stimmt, du hattest mal einen gefunden. Ähm. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade noch tun. Ach, dein Stuff hier. Komm mal her. Dein Stuff. Äh. Ich lege mal meine Glückshacke auch ab. Einfach nur aus Vorsicht. So, brauche ich hier von irgendwas? Du hast irgendwie irgendwas Wichtiges dabei. Ich glaube nicht. Der Rest kann eigentlich alles drauf gehen. Da, da, da. Ach so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Direkte Erdungsteil steckt zwei. Das rückt ja alles nach dann, oder? Ja. Theoretisch. Theoretisch solltest du es tun. Dann muss man das ja bloß zu zweit da drin haben. Richtig. Okay. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Wir haben Pfeile, wir haben Bogen, wir haben eigentlich alles. Ich denke, wir haben alles. Ich denke, wir haben alles. Ja, okay. Okay, gut, dann, ähm, lass uns los, wenn wir alles haben. Okay, auf geht's. Ähm. Okay, ready? Ja. Dann mal los. Auf geht's in den Kampf gegen den Wither. Gegen den guten alten Wither. Ich muss noch kurz was essen? Ja, essen. Hast du jetzt eigentlich Essen genug dabei? Ja, ich hoffe. Ja, okay. Gut, dann geh mal. Ich komm dann gleich runter. Okay. Bis morgen. Ich bin auch unten. Bis morgen. Okay. Aber lass zurück, lass zurück schlafen. Ah ja, ja, ja. Lass zurück schlafen noch schnell. Ich warte auf dem Schiff, geh du schlafen schnell. Ja, mach ich. Soll ich ein, ich nehm ein Bett mit, ja? Ja, ist vielleicht besser. Dass wir unterwegs schlafen können. Ja, ja, ja. Ich mach jetzt hier einfach mal auf. Scheiß auf. Äh, klaut schon keiner unsere Dings. So. Ähm. Ja, die Hamville kommt auch ran. Am hoch. So. Oh Gott. Was? Äh, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist alles okay. Gott. Ich bin gerade gefallen. Also. So, okay. So, jetzt runter, ne? Okay. Okay. Stärketrank vielleicht noch nicht. Nee, die sind nicht allzu lange. Wie lange gehen die? So anderthalb Minuten, ne? Mhm. Okay, ich bin unten. Ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn auch. Ich hab den Enderman an. Stärketrank vielleicht erst mal in den Nahkampf gehen. Ja. Oh nein, die Bögen sind hier so richtig kacke. Ja. Hab ihn einmal. Boah, 15 Herzen. Okay. Ist das nicht gefixt gerade? Er ist auf mich gefixt, ja. Ich ziehe aber auch 9 Herzen ab. Das ist ganz gut. Ja, okay. Mach mal. Bin dabei. Mach mal. Ich hab ihn, glaub ich, einmal getroffen mit dem Schwert. Bin mir aber nicht sicher. Ja, hast du. Okay, der Beruhige-Effekt. Ich treffe ihn überhaupt nicht gerade. Okay. Richtig schlecht. Ich muss, oh Gott. Ähm. Gott. Du bist ja noch auf mich, ja, ne? Ja, ja, ja. Er ist auf dich gefixt komplett. Oh Gott, oh Gott. Ich muss weg. Ich muss weg irgendwie. Aua. Scheiße. Nicht ins Portal. Oh Gott. Wenn er da drauf schießt, auf das Portal. Ja, ja. Ich muss da drauf hoch. Okay, okay. Ich hab... Was gut noch? Ist er jetzt auf dich gefixt eigentlich? Ja, ja, ja. Okay. Wie down haben wir ihn gerade? Weiß ich nicht. Äh, 119. 119. Okay, dann ist er bald vielleicht bei der Hälfte. Oh, scheiße, Alter. So. Ähm. Au, au, au. So, die Rücken nicht nach. Nicht nach, weil... Rücken nicht nach? Ach, okay. Weil die Flash schon in der Kunde bleiben. Nehmen wir jetzt mal einen Stärke-Krank und kommen dann runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Okay. Alter, ah, fuck it. Dieser Rither-Effekt. Wo ist er denn? Hier hinten. Ah, ich sehe dich. Oh, dieser Rither-Effekt, Alter. Das ist so nervig. Sonst geht du wie du erstmal hoch. Wo ist er denn da? Oh Gott. Okay, ich hab ihn einmal getroffen. Oh, er schießt auf mich. Ja. Oh Gott, passt auf das Portal auf. Oh Gott. Das geht irgendwie zum Glück nicht kaputt gerade. Oh Gott. Oh ja, jetzt zieht er auf mich. Aber Nahkampf ist halt echt schwierig. Jetzt hab ich Rither-Effekt natürlich. Ja, ja, ja. Hab ihn einmal ein paar gegeben. Okay. Oh Gott, das ist richtig scheiße. Oh Gott, ey. Ja, vor allem, weil es so lange dauert. Oh nein, oh nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Okay, komm erstmal hoch aufs Stift vielleicht. Ja. Ich versuche es. Oh Gott, das ist immer richtig... Oh Gott. Boah, der ist echt hart. Ja, er ist richtig hart. Pass auf, dass er jetzt nicht an den Rither-Effekt noch verreckst, ne? Nee, nee, ich glaube nicht. Von hier oben sieht man ihn aber nicht, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben ich hab. Ich erstmal den goldenen Apfel. Zur Sicherheit. Ich seh ihn da unten, er wreckt vor sich hin. Ja, ja, klar. Oh Mann, wie lange dieser Rither-Effekt einfach dauert. Ja, richtig schrecklich. Ich hoffe, ich sterbe nicht dran. Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Das ist halt echt scheiße in dem Texture-Pack. Okay, geht. Bist du wieder bereit? Äh, wenn ich hier wieder rauskomme, ja. Ja. Okay. Dann komm. Bin on the way. On the way. Ich hab hier erstmal den Heilungstrank, dann bin ich eigentlich gut dabei wieder. Stärke ist auch wieder vorbei. Nehme ich jetzt nochmal. Okay. Und los. Go, go, go. Okay. Ich glaube, er kann es aber nicht zerstören. Er ist da oben. Beim Schiff. Hä? Ja, ja. Ja, ja. Er wollte, glaube ich, uns angreifen. Genau, stimmt. Jetzt können wir ihn ganz gut. Ich hab dich gefixt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hab so Schiss vor dem Dude. Ja, kann's auch, dass ich dich nicht treffe, ne? Oh, ah. Ich hab mich auch getroffen. Aufgewisert. Oh, fuck it, fuck it. Kriegen wir nicht down, ey. Wollen wir zurückziehen? Ja. Okay, ja, ist klar. Wir kriegen den so nicht down, das wird nix. Ne, ne, ne. Der ist, der kann sich immer zu schnell wieder raggen. Und so. Das wird leider nix. Ey, viel zu doll. Wir haben es versucht, ne? Ja. So ist es nicht. Naja, Wither-Effekt ist einfach viel zu doll. Ja, lass mal in unsere Stadt gehen. Internal Server Error. Okay. Du bist auch runter, ne? Ne. Ne? Ne. Hier, dann versuche ich zu reconnecten. Öh, okay. Wieder drauf. Okay. Oh, das war ein bisschen... Ja. Ein bisschen zu doll. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich hab. Kann sein, dass ich jetzt sterbe? Nein, ich glaube nicht. Internal Server Error. Hä? Machst du für Sachen? Ich glaube, wenn ich... Irgendwie, wenn ich blocke, hab ich das Gefühl, dass ich dann runterfliege. Du sagst. Ja. So. Okay. Warte mal, ich blocke nochmal. Ne. Nö. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Weiß ich nicht. Okay. Das war ein Reihenfall. War natürlich eine unnütze Folge. Etwas, ja. Aber wir haben es versucht. Aber das ist halt unmöglich, weil... Keine Ahnung. Weil er immer wieder wegfliegen kann. Wir können nicht auf ihn eintrügeln. Es ist richtig derbe. Wenn wir in einem Raum mit ihm wären, hätten wir ihn so schnell down, ne? Aber... Uns aber auch. Ne, glaube ich nicht. Doch. Das Größte, das, was er am meisten Schaden gemacht hat, war einfach der Wither-Effekt. Naja. Und sonst haben wir fast gar keinen Schaden gemacht. Ne, ne, ne. Wenn er dich dauerhaft bombardiert, kriegst du schon Fettschaden. Ne, glaube ich nicht. Und du schätzt es mir nicht, doch, doch. Allein mit Stärke tragen. Guck mal, wie viel Schaden wir ihm gemacht hätten. Ich weiß nicht, 30 oder so bestimmt. Trotzdem. Und dann sind das 10 Hits. 10. Und wir sind zu zweit. Also jeder 5. Naja, aber trotz... Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube im Eingeschönraum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber gut, das ist eh Fiktion, weil den kriegen wir nicht mehr. Und da haben wir jetzt ein großes Problem. Also nicht wir, sondern wir alle. Weil das neutrale Biom ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich, ne? Ja. Zumal der auch nicht gerade langsam ist. Also ich kam nicht weg von dem. Ja, das ist schon krass. Das war schon krank. Gut, wir müssen die Folge, glaube ich, beenden. Naja, sollten wir vielleicht. Ja. Ähm, schade, schade. Aber wir haben es versucht. Sehr schade. Und, ähm... Kann man nichts machen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Sehen wir bestimmt. Und? Ciao.